hallo das gammeo modul geburtstagsgutschein generiert automatisch coupon codes und schickt diese an ihre geburtstagskinder also kunden die am heutigen tag geburtstag haben einschließlich entsprechender glückwünsche damit das ganze auch wirklich automatisch funktioniert beim provider hetzner mit der beliebten konsole h richten wir einen cronjob ein schritt nummer eins ist also wir loggen uns in der konsole h ein wählen hier zunächst das webhosting account auf der rechten seite und gelangen zu einer ansicht wie dieser mit der menüleiste einstellungen konfiguration und hier der cronjob manager jungfräulich sieht dieser so aus sie sollten eigentlich den standard cronjob von gambio zumindest schon eingerichtet haben wie ich es in diesem video gezeigt habe jetzt geht es aber um die geburtstags glückwünsche mit coupon also hinzufügen der cronjob für die geburtstags glückwünsche also den geburtstagsgutschein wird wir http aufgerufen das heißt also kein php script direkt sondern wir wählen als interpreter das linux programm wie get das nichts anderes macht als eine url aufzurufen die url selbst finden wir im gambio admin menü und zwar unter gutscheine geburtstagsgutschein gut da war ich schon drauf da unten auf der seite cronjob kopieren wir die url also die webadresse beginnend mit https normalerweise bis hier hinten cron das fügen wir ein bei script absoluter pfad und als intervall logisch es geht um geburtstage es sollte mindestens einmal täglich geprüft werden falls irgendwie der shop mal nicht erreichbar sein sollte oder so kann ja vorkommen das sollten wir lieber häufiger prüfen das skript sorgt natürlich automatisch dafür die url wäre ja auch von außen von jedem theoretisch aufrufbar dass da nicht doppelt geburtstagskinder mit gutscheinen und entsprechenden glückwünschen konfrontiert werden deshalb können wir hemmungslos stündlich auf zu versendende geburtstagswünsche und gutscheine prüfen bezüglich der exklusiven ausführung folgen wir hetzners empfehlung das hacken aktiv zu lassen und durch klick auf speichern kommen ihre geburtstagskinder kunden ab sofort in den genuss von gutscheinen und glückwünschen per e mail ab sofort in den 來 zu streichen bis zur flügel flügel geschenkt ab sofort in der folge ab sofort in den genuss ab sofort in den genuss ab sofort in den genuss